Das gibt's also ja. Falle! Achso, das war ja das. Du machst mich weg. AAAAAAAAAAAAA. AAAAA! He? What am I just witnessing? Bob Ross find's aaa nicht gut hier. Großartig. Ich liebe dass die solche Easter Eggs.. Wie macht er denn da? Ja. Das ist ja. Vielleicht gehört die. Oh, ich ziehe. Oh, schön. Oh, warte, fuckball. Oh, innen drin. Jetzt boah. Hä? Regen beim Spock hinter. Ja, gut. Oh. Oh. Direkt zwick nutzen weg, weil der eine ausgebrannt ist. Ich könnte so heulen. Geil. Da hinten ist der alleine. Das war der sein Maid einfach. Du hast nie gepinkt. Ne, auch nie gepinkt. Oder so Südwesten mäßig, wo der mich verschossen hat erst. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab's. Das ist nicht wahr. Was ist das denn? So traurig. Das war der erste Maid, das ich gespielt habe. Ja, Philipp, du. Tommi, ey. Was? Das hat du mich nicht angezeigt. Boah. Das hat's dir was angezeigt. Tommi, du warst mein Erster. Ich sehe, du musst es hinschießt. Das ist doch so ein kleines Pünktchen. Der ist, der ist jetzt direkt troffen. Was? Du musst schon ein Stück höher. Tommi. Ach komm. Wirklich, es hätt ein Hole-in-One sein können. Wirklich, es hätt ein Hole-in-One sein können. Hau da mit voller Wucht drauf. Was? Ich höre jetzt einfach... Ich höre jetzt einfach... Ich höre... Gojira. Ja, geht doch. Da runter. Die rennen irgendwie nach hinten. Okay. 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 Da ist einer nach vorne. Ja, der ist tot. Inner ist nach links weggerannt. Soll ich ihm mal was anzünden, Toni? Der ist auch tot. Ne, brennen globale hier. Ja. Ich gehe vor. Er ist down. Er stand unten. Dort? Ja, oben auf A Steps. Kommt Rampe. Ist Rampe? Down. Ich bin plantierend. Ich bin plantierend. Oh mein Gott. Der kommt von Toxic. 54. Oh, bin ich schlecht. Ich hab nie einen Schuss getroffen. Wo hast du denn die Bombe geplantet? Bin da. Zombies hinterher. Junge, das ist ein Wildschwein. Ne, das ist ein Schwein. Das wird geschlachtet vom Zombie. Hä? Was? Siehst du eine grüne Wolke? War die Frage. Die wollen das Schwein schlafen? Ich bin auf der Bahnschiene. Also ich hab mich davon sehr weit fern gehalten. Aber Toni, du kannst deinen Glowstick nehmen. Junge, was geht denn ab? Stimmt, der hat einen Glowstick. Okay, way to fuck. Ist rot. Ich hab daneben geschossen. Der hat eine Shotgun mit Slug. Oder was? Slug. Der saß dort am Zaun hinten. Boah. Der ist dort oben. Hä? Der ist runtergefallen. Um zu heulen. Fabrice, Mann. Bestform heute oder was? Heiße. Ah. Ja, man muss. Okay, gut. Das ist schwer. Danke, finde ich. Danke, easy. Danke, Josef. Hallo. Ich hab Josef weggebounced und dann hab ich Tonis Hole verhindert fast. Oder weniger. Insane Play, Freunde. Wenn wir jetzt rechts rum pushen, dann kriegt das. Nee, solange ich dir anzünden, lasst mich liegen. Wenn ihr mich irgendwann später holen könnt, ja. Gut, wenn... Weil die sind jetzt abgelenkt. Jetzt können wir vielleicht mal rechts rum holen. Okay, what? Oh, uhr ich will. Oh, uhr ich will. Ja, Mark Scheider nehm. Fast dann. Oh, nein. Das sind meine Kopf drauf, Alter. Und und Pinkpot. Und 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 Regenpot. Ich glaube, da ist jemand in deine Trap gelatscht. Am besten sind jetzt noch mal richtig viele. Ja, am besten sind es jetzt noch mal richtig viele, Alter. Da ist mir das jetzt richtig schön. Ich muss ihn treffen, ich töte. What? Der muss blooten, der hat geblutet wie Schwein, schön. Nimm Bounty, nimm Bounty. Lange hat 10, aber die Autos einfach nicht erkennen, dass du eine Friendly oder Anything bist. Das ist mir eine Warnung. Nee, Zombie. Holy Shit, I can catch you. Holy fuck. Lass du die 60. Holy shit, Alter. Der hat eine Sparks gehabt, das ist der Sparks-Player. Nein, warum nicht so nah, ich hasse dich. Was passiert? Fuck, wie die Patriots sind das? Oh, die werfen zwei Sachen drüber. Oh, nicht. Schade. Oh, Entschuldigung, rein, rein. Höhen. Weiter links. Dann haben wir eine Vision-File. Fuck. One, three, four. So. Geh aber noch Starling wie nicht gerade. So. Oh, der Fludelt. Der Fludelt, der Fludelt ist, der Fludelt ist verbinden, der ist Fludelt-Flow jetzt ja. Schön. Schön, Toni gut gespielt. Irgendwie schießt der ja hier nach Geschalldämpft. Das ist nicht mehr Geschalldämpft. Der Zombie ist gerade in die Richtung gerannt, rechts von dir. Renn! Nein! Renn weiter! Er ist ja nicht gestorben? Nein. Wieso? Ich habe noch einen Schuss gegeben. Aber er ist ja nicht gestorben. Er ist tot! Ich fahr wieder auf, bitte. Geht auf, drumherum. Ich schieße mal die Fackel draußen an, dass der... Der ist jetzt drumherum. Pass auf! Ich war da gerade auf. Also dort ist dort ist... Ich glaube, der Gegner kommt so rein. Bob Ross findet es auch nicht gut hier.